Heute ist Donnerstag, der 7. Februar 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Dream. Mein Name ist Volker Reusing. Herzlich willkommen allen unseren Gästzuhörern, die uns heute live zuhören. Heute ist ja auch Weiberfassnacht in Deutschland. Und allen, die uns trotzdem auch heute die Treue halten und live dabei sind, herzliches Willkommen. Heute haben wir vier verschiedene Themen. Einmal geht es um Neuigkeiten aus Griechenland mit Marina Svanos vom Hellas Vp. Danach werde ich mit Daniel Neuen von Radio Utopie sprechen. Es geht auch um dramatische Ereignisse rund um den Iran 2005 und 2006 und was wir heute aus den damaligen Ereignissen lernen können. Dann geht es um Volksentscheide. Wie viele Volksentscheide sind möglich mit dem Grundgesetz? Da werde ich mit Klaus-Dorfink Blanke sprechen, dem Initiator vom Netzwerk Volksentscheid. Und zuletzt ein Buch, das mich sehr bewegt hat, von Anthony Sutton, ein amerikanischer Historiker, leider schon verstorben, wo es darum geht, wie der Aufstieg Hitlers finanziert wurde und wer damit Geschäfte gemacht hat. Kommen wir nun zum ersten Thema. Neuigkeiten aus Griechenland mit Marina Svanos von Hellas Vp. Hallo Marina. Hallo, hello Germany. How are you tonight? We are well because you are our guest now. Oh, thank you, thank you. Okay, where do you want me to start? The news of the week or the news of the month? The good news or the bad news? Let us start with the good news. The good news. There is no good news. There is no good news. Things are actually becoming worse every day in Greece. The situation is, I think, is totally out of hand. Not so much the financial, as much as it is the humanitarian. The humanitarian issue is totally out of hand. Do you want me to speak and then you're going to translate? Or do you want me to just speak and then you'll translate later? The humanitarian situation in Griechenland is außer Kontrolle. It is less the financial situation, but the humanitarian situation in Griechenland verschlimmert sich weiter. Please speak and then I translate when you make a pause. Okay, fantastic. Okay, the news of the week basically is, and I'm sorry for the pronunciation, Mr. Steinbrück, Steinbrück, was in Athens yesterday? Yeah, he thinks that Greece should be given, should be, that the EU should ease off of Greece a bit, should be more easy with Greece, because he saw the problem firsthand. And he also called on the EU to show more support and solidarity for Greece, because he realized the problems. Well, he didn't go into something specific. I think it was more, his trip was more of an introduction to himself, to get familiar with the European states, because I think he's doing a European tour, if I'm not mistaken. Er ist leider jetzt nicht eingegangen auf bestimmte Dinge bezüglich Solidarität und Unterstützung. Er macht eher eine Europa-Reise, wo er eben auch Griechenland besucht hat. Er sprach auch über die Legitimität des griechischen Programms, also mit den Auflagen. Das war ein sehr starkes Statement, das er gemacht hat, weil ich glaube, er weiß, dass das Programm nicht so legitim sein könnte, weil es nicht von 180 Parlamentariern in den griechischen Parlamenten wurde. Er hat auch etwas anderes gesagt. Er ist nicht von 180 Parlamentariern, aber es ist nicht von 180 Voten. Ah, es ist weniger als 180 Voten. Ja, es ist weniger als 100 Voten. Ja, es ist weniger als 100 Voten. Ja. Er sagt auch etwas, womit sie nicht einverstanden ist. Er hat auch etwas, womit sie nicht einverstanden ist. Er hat auch etwas, womit sie nicht einverstanden ist. Er hat auch eine große Herausforderung, die in meiner Meinung nach falsch ist. Ich denke, das Problem mit ihnen zu intensiven. Also, ich verstanden habe. Steinbrück zeigte auch seine Unterstützung für die PASOK-Partei und rief dazu auf, dass man nicht die PASOK-Partei für die Probleme verantwortlich machen soll. Ich denke, Herr Steinbrück ist der Kandidat der Sozialdemokraten in Deutschland und sie sind mit der PASOK-Partei. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Obviously. The other issue that I saw this week that was interesting to me, that it might be interesting to your audience, is that German tourists, the rate of German tourists this year is dropping. They are not booking trips to Greece, which is very sad. And according to some reports, the numbers are falling dramatically. 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 Und ich hatte eben noch ergänzt, dass die SPD, der für die Herr Steinbrück Kanzlerkandidatin in Deutschland ist, verbündet ist, ein internationales Bündnis mit der PASOK-Partei in Griechenland ist. Ja. Andere wichtige Nachricht ist, dass die deutschen Touristenzahlen nach Griechenland dramatisch zurückgehen. Ja, even though Greece is a very cheap destination, it's not expensive for German tourists, I'm noticing that the numbers are falling dramatically this year. And there's a lot of speculation as to why a lot of tourists are going to Turkey, believe it or not. Viele Touristen scheinen zurzeit eher in die Türkei zu gehen. Es gibt eine Menge Spekulationen in Griechenland, warum die Zahl der deutschen Touristen nach Griechenland so stark zurückgegangen ist. Ja, griechische Wirtschaft hängt sehr stark ab von Tourismus-Einnahmen. Sie fragt sich warum so viele Touristen in die Türkei gehen. Obwohl es in der Türkei nicht unbedingt preiswert ist als in Griechenland. I would guess that many people think that the money for Greece support for EFSF etc. has gone to the Greek population or to the Greek state. Maybe that's the reason. There's a lot of speculation as to what reasons there are, but it would be good to know why the big tour companies are playing with the Turkish market and not the Greek market. Because, you know, when it's big companies, big tour organizers, they play funny games with countries when it comes to tourism packages, you know. Ja, ich habe den Einwurf gemacht, ob es vielleicht daran liegt, dass viele Deutsche denken, dass diese Mechanismen wie Griechenland Hilfe und EFSF in erster Linie den Griechen zugutekommen würden oder der griechischen Regierung. Er sagt, dass es eine Meinung gibt, es gibt verschiedenste Spekulationen woran es liegt. Andere Frage ist, dass die großen Tourismuskonzerne ihre eigenen Spiele spielen, ihre eigenen Pläne haben, wenn sie die Reiseangebote machen, welche Länder sie besonders anbieten. Ja. Ja. Another interesting report that came out this week that you might find really interesting, actually, it came out today from Bloomberg, okay, says that 38% of Greek households income has dropped. In other words, each family's income has dropped almost 40% since the crisis began. It's saying in general, it was an opinion poll company that conducted the survey, and the study says, this is very interesting, it says that the house families who used to make, this is the whole family, okay, around $33,000 a year, are now making $25,000 a year, okay? But, but, listen to this, $25,000, the prices have, if they've dropped 40% in wages, the prices have gone up another 40%. You understand what I mean? Wenn man jetzt als Beispiel nimmt, eine Familie, also eine gesamte Familie, die insgesamt, nicht unbedingt nur ein Verdiener, ein Jahreseinkommen von 33.000 Euro hatte, das bedeutet, dass zurückgegangen ist auf 25.000 Euro, aber die Preise seien ebenfalls um 40% gestiegen. Und, listen to this, this is crazy, 66% make less than 18.000 Euro a year. 66% der Griechen verdienen weniger als 18.000 Euro im Jahr. But the prices cost three times more than Germany. The prices in relation to the wages? No, at all. The prices are extremely high because of the transport and the oil taxes. The cost of transport and oil is keeping the prices high. And the cartels, of course. You mean for things which have to be, of things of daily life which have to be imported? This is, uh, the government right now, uh, thank God for this. They've been trying to, um, to hit the, uh, the, the costs, but, uh, this is almost impossible to do, okay? Because the, the cost of oil and, uh, transport is still keeping them very, very high. Uh, I'll give you an example, okay? Uh, to transport something from Athens to Crete, it costs as much as to transport it from Athens to the Netherlands. Transport von Athen nach Kreta kostet so viel wie von Athen in die Niederlande. Yeah, and the, 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 and this is, uh, uh, de facto. That's, uh, that's what's keeping the prices very, very high. But this is making, um, a terrible impact on, uh, people's, uh, daily life, of course. Hmm. If you don't, if you buy a, uh, box of milk in, uh, Germany for, uh, 80 cents, in Greece, you pay one, one euro and 40 cents. Hmm. For the same milk. Or, uh, for, uh, meat or for, uh, uh, oil. People are not putting oil in their houses this winter. It's too expensive. Do you have a, uh, so, die, uh, zum Beispiel Milch hier, wenn es in Deutschland 80 Cent kostet, kostet in Griechenland, uh, 1,20 Euro. Auch Fleisch ist in Griechenland teurer, also auch in absoluten Preisen. Und, ähm, ein ganz wichtiges Problem dabei ist, dass, ähm, der Treibstoff in Griechenland so teuer ist, alles, was weiter transportiert werden muss. Und, ähm, ähm, das betrifft dann auch Heizöl, ähm, viele Leute heizen diesen Winter nicht in Griechenland. Um, um, how is, uh, the situation, uh, about, uh, homeless people in Griechenland at the moment? The homeless. The homeless are increasing, unfortunately. There is no specific recent statistics. That's why I can't tell you numbers right now because I don't know recent statistics, but I know they're increasing because we are in the height of the recession right now. So things are very, very, like I said at the beginning, very dramatic right now. There is no liquidity on the market, for instance. Okay? Meaning there's no money on the market. So the minute there's no money on the market, people can't pay their bills. So more people lose their homes, more people lose their jobs, more people are left homeless. Ich habe gefragt nach der Zahl der Obdachlosen. Aktuelle Zahlen kann sie mir nicht nennen, aber die Zahl steigt weiter. Die Spitze der Rezession ist noch nicht überwunden und der Hauptgrund ist, dass zu wenig Liquidität auf dem Markt in Griechenland ist. Die Leute können ihre Rechnung nicht bezahlen. Ich würde gerne etwas fragen über Hellas Frappé. I would like to ask about Hellas Frappé. Can you tell me about your blog? What does your blog focus on in general? Okay. Hellas Frappé began as a very small blog, because I wanted the world, it was completely my idea, I wanted the world to see Greece in a different light. Okay? Hellas Frappé wurde von Marina Svanos gestartet. Es geht ja darum, dass die Welt Griechenland in einem anderen Licht sieht. I did not like what the world was saying about Greek people. I did not like the negative publicity Greece was getting in the markets and on the mainstream media. Es geht darum, nicht nur dieses negative Bild zu zeigen, dass man was Griechenland auf den in Anführungsstrichen Märkten von Griechenland gezeigt wird, oder was man in den Mainstream Medien über Griechenland hört. I like, the blog likes to concentrate on the truth, but we don't have to insult the dignity of the people by saying the truth. Okay? Der Blog konzentriert sich darauf, die Wahrheit zu sagen, aber auf eine würdevolle Weise, die niemand persönlich angreift. At the same time, the blog does not have a political edge, meaning it doesn't really side with one political party. Der Blog ist sehr objektiv, politisch neutral. And we like introducing stories to our readers that not only deal with Greece, but that deal with the whole region, the Balkans, Eastern Mediterranean, Cyprus. Es geht bei Hellas Frappé-Blog nicht ausschließlich um Griechenland, sondern insgesamt um den östlichen Mittelmeerraum, auch Zypern, Balkan. Yeah, we focus, Hellas Frappé focuses more on economic, political, political and geopolitical issues. Hellas Frappé konzentriert sich thematisch auf wirtschaftliche und politische Themen, auch auf geopolitische Themen. And we have a very good reputation for issues that have to do with natural gas and oil. Hellas Frappé hat sehr gute Reputationen zu Themen, die mit Erdgas und Erdöl zusammenhängen. We monitor the Greek news every day and we are very up to date with what's going on and we try to get the information out to our readers every single day as best we can. We also like to give people a reason to fall in love with Greece again. And to believe in the Greek people. Hellas Frappé will den Menschen auch einen Grundleben, einen Anlass geben, sich wieder mit Griechenland zu beschäftigen. And we, and through some articles we publish, we are educating the people who read us about our history and our culture. Because we want the world to realize that this country is one of the oldest civilizations in the world and should be respected as such. I think Elas Frappé is doing that and I'm very proud of the people who write for Elas Frappé and the contributors and the readers. And I'm very happy that they listen, they read us from all over the world, all over the world. Aus allen Teilen der Welt wird Hellas Frappé gelesen. That's basically my news. OK. Okay, um, I've just got some news from the Griechenland blog, it's a German-speaking blog on Greece, according to them, as a currency EU commissioner, Olli Rehn blames the Greek state, um, for a moment. Um, for the lack of supply with cancer medicaments, because the Greek state, um, has not made sure that, um, medicaments have been paid, uh, um, in due time. What, what do you think about this? Okay, uh, this is hypocrisy for me, because it sounds to me like, um, uh, the, for instance, the Troika says to Greece, uh, oops, we made a mistake on our program. But, at the same time, it doesn't say, well, okay, if we made a mistake, it's because we gave you this program, you know, so, we take this money off the Greek people. But two years are, are scrap, garbage, because the Troika made a mistake. When the EU takes its time to give out the bailout funds to Greece, this is what happens in Greece. You can't go criticize Greece after. Greek people have no more money. You know, how they, how they, how they gonna bail out, uh, how is the government supposed to collect money to pay the pharmaceutical companies when the Greek, uh, when, when the bailout money is not coming into Greece. We're still waiting for this money. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte Marina Spanos gefragt, ähm, eine Nachricht, ähm, war gerade ganz aktuell von heute, dass EU-Währungskommissar Olli Rehn, äh, die Auffassung vertreten hat, das fand man auf Griechenland-Blog, ist ein deutschsprachiger Blog zu Griechenland, ähm, dass, ähm, Griechenland, ähm, ja, ja, schuld daran sei, dass, äh, äh, Krebsmedikamente nicht, äh, zur Verfügung standen, weil Griechenland nicht sichergestellt habe, beziehungsweise stehen, äh, weil sie Griechenland nicht sichergestellt habe, dass die fristgerecht bezahlt werden, die Medikamente. Darauf sagt Marina Spanos, das, äh, sei, ähm, ähm, I'll give you, I'll give you an example, okay? One, one moment, one moment, ähm, yes, sorry. I'm just looking for hypocritical, ähm, hochmütig, weil, ähm, es ist aufgrund der Auflagen der Troika, ähm, dass, äh, Griechenland, ähm, das, äh, nicht bezahlen konnte. Es war ja im Zusammenhang mit, äh, mit dem Bailout und Griechenland wartet immer noch darauf, dass es, äh, dem Land selber das Geld von dem Bailout zugutekommen soll. Okay, please, uh, give an example. Yes, the, the best example is this one. In August, last August, they were supposed to, uh, uh, release a bailout fund. They didn't release it in August. They told us in August, we're sorry, we're gonna do it in November. They didn't do it in November. They told us after, we're gonna do it in January. January, we're gonna, this is, every month, it's something new. And every month, they, they were gonna do this, but they didn't do that. Every month, this is happening. People in Greece, all these companies that deal with the European Union, like the pharmaceutical companies or the, uh, uh, all the companies that buy primary goods from, uh, Europe, are late in their payments because nobody trusts the Greek people anymore. Everybody wants cash up front. Do you understand what I mean? So, they don't work on credit anymore. So, because they're not working on credit anymore, they're putting, uh, uh, Greek, Greek companies are, are all money now. You know, they're, they, they, they're waiting for all this money from the government because we work with a tax system here. So, they're waiting to get this money from the government so they can pay after the workers, workers have not been paid for eight to nine months in Greece. Um. Because the bailout money is not coming to Greece. Uh, whose bailout money? Okay, let me explain. The bailout money that, uh, 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 Europe gave to the Greek, to Greece is not for the Greek people or the real economy. It's for the banks. Ah. So, it never went to the real economy. The real, the money that we were supposed to get for the real economy is supposed to come now. Okay. Okay, ähm, es wurde versprochen, dass, äh, eben, dass, ähm, das, ähm, Geld in Richtung Griechenland nicht immer nur für die Banken, äh, wo ich ergänzen möchte, als gläubiger Griechenland, äh, geht, sondern, äh, dass auch Geld für die Realwirtschaft gezahlt wird. Es wurde versprochen, letztes Jahr im August, letztes Jahr im November, praktisch jeden Monat, immer mal wieder etwas anderes, weshalb eben nicht das Geld für die Realwirtschaft kam. Und, ähm, ja, es ist ein starkes Misstrauen gegenüber der griechischen Wirtschaft, äh, bei verschiedensten Wirtschaftssektoren. Wenn griechische Firmen etwas kaufen wollen, müssen sie, ähm, ja, im Voraus bezahlen. Vorher konnten sie, als auch mehr Vertrauen in die griechische Wirtschaft war, auch auf Kredit kaufen. Das, äh, verschärft natürlich die Liquiditätslage bei griechischen Firmen. Und es gibt Firmen, wo die Arbeitnehmer acht bis neun Monate ihr Gehalt nicht bekommen haben. Äh, I also have something else to say about the pharmaceutical companies. They're also playing very funny games with Greece. Äh, for instance, they're shipping off the medicines to Europe, and they're not selling them in Greece. So, cancer patients can't find their medicine, or people cannot find medicine in Greece because the pharmaceutical companies are not making any money in Greece, because the government can't pay them, you understand? So they're selling them to Europe, and this, this, this is a tragedy by itself. To the European Union, or to, äh, to European countries. Okay. Ähm, Pharmafirmen beliefern Griechenland weniger, weil, ähm, ja, griechische Regierung die Medikamente nicht bezahlen kann, und, ähm, deswegen liefern sie mehr in andere Länder, und, ähm, deswegen ist, äh, Mangel an, ähm, Medikamenten in Griechenland. Yeah, this, this, this is a tragedy by itself. Do you know that, uh, for, for example, uh, and this is gonna sound ridiculous, but imagine how big the tragedy is that Sky Television Channel had, um, a marathon to collect medicines from people who had extra medicine, to give poor people, because people could not find their medicines. The, äh, Fernsehsender Sky TV hat an Aktion gestartet, dass, ähm, ja, Griechen, die mehr Medikamente haben, als sie selber brauchen, diese abgeben sollen an arme Leute, die keine Medikamente bezahlen können. So dramatisch ist die Situation. This is because they have not received, now they're starting, I think, now it's, the money's starting to, to be distributed, but then again, I don't know, I cannot confirm this, uh, that this is what the government says, that it's starting to pay the, um, the VAT back to the, um, to the companies, and this is what the companies are waiting for, to pay off their suppliers, you understand? So maybe Oli Rens, uh, comment is, is a little, uh, premature, because he knows the situation. Wenn ich es richtig verstanden habe, warten Pharmafirmen auf Umsatzsteuererstattung und, ähm, auch das ist, auch das ist ein, äh, ähm, Grund, ähm, für die, für die, für die Pharmafirmen. Um, you mean, uh, that they are waiting for, uh, uh, that, uh, um, that the Greek state, uh, that the Greek state has to pay back, uh, value added tax to pharma companies. Yes, yes, yes. To a lot of companies. And it's important from their position to have more trust in the Greek economy and in the Greek state. This is the biggest challenge. European countries that do business with Greece do not trust Greek companies. They do not work with credit anymore. They only work with cash. Right away, cash. Cash on the spot. So because of this problem and because there is no money on the market, there's no liquidity. This is what I'm telling you. The minute there's no money, there's no liquidity, how are you supposed to pay your suppliers when there's no money on the market? Hmm. Also das eine war, dass griechische Pharmafirmen sagen, sie haben noch Steuerguthaben gegenüber dem griechischen Staat. Der griechische Staat soll ihr Umsatzsteuer mehrwertiger Guthaben auszahlen. Und noch größeres Problem ist, dass vor allem griechische Firmen, wenn sie etwas importieren wollen, im Voraus zahlen sollen, das war das größte Problem bei Versorgung Medikamenten noch mit anderen Gütern. I need to say something. Imagine how tragic the situation is if they reduce the cost of wages, the operation costs. Okay. They cut, they cut, they cut wages by one third. Okay. Even in the private sector. And employers still do not pay their employees. There's employees in Greece who have not been paid for six, eight, ten months. Obwohl die Löhne und Gehälter um ein Drittel gekürzt worden sind, trotzdem gibt es viele Beschäftigte, die monatelang, sechs Monate, acht, neun, zehn Monate nicht bezahlt worden sind. So dramatisch ist die Situation der griechischen Wirtschaft. Okay. Many thanks. You're welcome. I would like to know, how can our listeners support Elasfrapi? Well, you can go on our blog and read our articles every day. Learn about Greece. Learn, get to know another side of Greece. This is what Elasfrapi wants the world to come to know. On other side, Greeks are not lazy people. We work very hard. We have a passion and a love for our country. And we're very proud people. And they can just go on the internet and log into our blog every day. And they'll be supporting the fight for Greece. Actually, they will show us solidarity by learning another side to the story, which is very important. Because sometimes the media just focuses on one side. It doesn't talk about everything for various reasons. We all know why. But it's nice to learn what's happening in Greece from a Greek. You know, that way you can learn to fall in love with Greece again and learn to trust the Greek people again. This is the biggest challenge, is changing Greece's image and getting the world familiar with Greece again and falling in love with Greece again. This is a beautiful country with a rich history and very, very dynamic, fantastic people. And the world needs to get to know it again. Yeah, I have asked. Wie können unsere Leser, wie können unsere Zuhörer Hellas Rappé unterstützen? And Marina Svanos schlägt vor, doch täglich auf die Seite von Hellas Rappé zu gehen, sich zu informieren. Und ein Akt der Solidarität ist auch, dass man sich die andere Seite der Geschichte anschaut. nicht nur das anschaut, was in Massenmedien über Griechenland berichtet wird. Und zu sehen, dass die Griechen sehr hart arbeitende Menschen sind und Menschen, die ihr Land lieben. Und sie beschreibt die Griechen als dynamische und tolle, fantastische Menschen. Und sie möchte einfach, dass die Leute wieder vertraut werden, damit wie Griechenland wirklich ist. Kann ich nur noch eine letzte Sache sagen? Okay. Thank you. Also, because we're a very, very small country, and right now we're in a very weak economic position, it does not mean that we will compromise our national pride and our love for our country. And we want the world to listen to us, because the crisis in Greece is not only economic. we have a national crisis, we have problems with countries around Greece, and all these people need to understand why we have these problems. And I think Greece needs a voice, and the last frappe is doing that. It's giving a voice to Greece beyond Greek borders. And I'm very, very proud that we have almost one million readers all over the world, and I'm very, very happy for that. Griechenland ist zwar auf den ersten Blick ein kleines Land, und das ist in einer Krise, nicht nur in einer wirtschaftlichen Krise, auch politisch, aber die Griechen sind stolz auf ihr Land und lieben ihr Land, und Hellas Frappe trägt dazu bei, Griechenland selbst, den Griechen selbst eine Stimme zu geben, sich selbst darzustellen und nicht immer, dass eben nur über sie berichtet wird. und Hellas Frappe haben schon rund eine Million Menschen gelesen und ja, das ist eine stolze Leistung. Ich möchte noch sagen, ja, einmal im Monat ist Marina Spanos von Hellas Frappe bei uns zu Gast, immer am ersten Donnerstag im Monat, herzlichen Dank. Each first Thursday in the month, Marina Spanos von Hellas Frappe is our guest at our radio show. Many thanks for participating. Many thanks to Germany. We love Germany. Have a wonderful rest of the show. Good night, Germany. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Do it, baby. Got your grind on it. I didn't have nothing. But now I got something. You can do it, homie. Got your grind on it. I got the hot music. At last I got magic. You can face on it. You hear the drums on it. Come on, bounce with it. This is how we ride to it. You got the piss for it. You got the guts for it. You can shine with it, homie. Let me grind with it. I got some body in the club. Come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby, boy, what you've done to me? Come on, baby girl. Let's get it going on. I'm going to hit the highway. I'm doing it my way. It ain't no game, girl. So I don't play games. I keep it up straight. Right up in your face. So make your mind up. Because life is too short. I got the best on. Boy, put your belt on. Stop acting all cool. Like Kanye West. Boy, you be riding through the wire. And the camera get on fire. You don't want that. No. I don't want that. No. This goes out to pins and chicks. So slow, slow. Hit the backseat when you're doing the licking. Kissing and squeezing. Do the damn thing, man. Buddy in the club, come on, keep on dancing to this song. You've got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby, boy, what you've done to me. Baby, boy, what you've done to me. Baby, boy, what you've done to me. Hallo, Volker. Ja. Ja. Wir müssen vielleicht noch kurz eine Abstimmung machen, ob das von der Lautstärke herhört. Könnte ein bisschen lauter sein. Ich glaube, wir sind schon auf Sendung. Ein bisschen lauter. Geht so? Ja, perfekt. Gut. Und zwar, wir waren ja zusammen in Koblenz gewesen, im Bundesarchiv und haben damals recherchiert zum Parlamentarischen Rat. Ja, mich würde interessieren, einmal bevor es darum geht, was wir dort gesehen haben, in Unterlagen vom Parlamentarischen Rat, was du vor allem damals recherchiert hast. Wofür verlangt das Grundgesetz denn explizit Volksabstimmungen in Artikel 29 und 146? Also, im Artikel 29, also der Artikel 29 belegte die Länderneuregelung. Das heißt also, wenn im Lande Bundesrepublik Länderneuregelungen stattfinden, dann ist das folgt zu befragen. Im Artikel 146, der betrifft also explizit, ja, also eine grundlegende Änderung des Systems. Das heißt, der 146 ist nur für Totalrevisionen gedacht, wie der Bundesverfassungsgericht der Voskuhle ja auch gesagt hat. Ein Vereintes Deutschland haben wir ja im Prinzip noch nicht, da ja im Prinzip Berlin immer noch den Status der Besatzung hat, also nach wie vor unter besatzungsrechtlichen Vorbehalt steht. Zudem kann man also über eine staatliche und territoriale Vereinigung nur sprechen, wenn diese freiwillige und mit Volksabstimmung aller deutschen Volkerteile vorgenommen wird. Beim Anschluss Ostdeutschlands handelte es sich eher um eine Vereinnahmung mit dem offensichtlichen Zweck, dass man ja Ostdeutschland unter die besatzungsrechtliche Struktur der Westalliierten bekommt. Zumindest könnte man das ja so interpretieren. Ostdeutschland hatte ja eine Verfassung, egal jetzt, wie die zustande gekommen ist. Ja, da sind sicherlich einige Fragen offen. In der Freihammel des Grundgesetzes steht ja in den ostdeutschen Bundesländern da drin, dass sie aus Sicht des Grundgesetzes dazugehören. Andererseits haben sich ja die Besatzungsmächte vorbehalten, noch 1990 weiterhin gesagt, dass Westberlin weiterhin nicht Teil der Bundesrepublik Deutschland als solche sei. Aber sie haben sich zumindest mit unter das Grundgesetz begeben. Es wird aber auch behauptet, wenn man sich die Präambel anschaut unter dem Artikel 146, dass, ich glaube, in der Präambel steht, dass die Einigung Deutschlands ja nun vollendet sei. Praktisch wie eine Art gesetzliche Fiktion mit Grundgesetzkrankheit. Aber man kann natürlich auch der Auffassung vertreten, die Einheit wäre noch nicht vollendet aus diesen Gründen und dass deswegen so eine Volksabstimmung noch nicht stattfinden könnte. Also solange Teile des deutschen Volkes also von dieser Abstimmung ausgeschlossen sind, wäre das eigentlich gar nicht möglich. Ich möchte eigentlich mal für das Grundgesetz generell eine Lanze brechen. Es wird ja immer gesagt, das Grundgesetz ist keine Verfassung. Das mag ja stimmen, es ist ein besatzungsrechtliches Mittel. Also ein besatzungsrechtliches Ordnungsmittel, hat aber einen Verfassungsrang. Und das Wichtigste eigentlich am Grundgesetz ist ja momentan Artikel 1 und 20 und der Artikel 79. Da kommen wir ja vielleicht später nachher nochmal drauf, drüber zu reden. Dieser Vorbehalt, dass man also diesen 1 und 20 fixiert hat, über die Ewigkeitsklausel oder Ewigkeitsgarantie, ist also ein sehr wichtiger Bestandteil, wenn man sich also zum Beispiel so etwas anguckt wie ESM für Skalpakt, AEUV, die Eingliederung in das EU-Konstrukt etc. Es stimmen auf, und da würde wahrscheinlich Daniel Neun, der also vor mir gesprochen hat, an die Decke hüpfen, wenn also Diskussionen aufkommen, wir wollen unser Grundgesetz in die Tonne kloppen und uns eine neue Verfassung geben. Da liegt im Prinzip die Falle, denn wer will sie uns geben? Ich kann mich also dunkel daran erinnern, dass im vergangenen Jahr mal die Diskussion aufkam im Deutschen Bundestag, dass also Herr Gysi zum Beispiel sagte, ja, dann geben wir uns doch eine neue Verfassung. Da müssen alle Alarmglocken klingeln. Aus dem ganz einfachen Grund, der Spruch ging dann weiter, dann geben wir uns eben eine. Oder wir machen eine. Ja, wer? Die Parteien? Und da liegt das Problem. Was wir also dringendst vermeiden müssen ist, momentan und zwar zu lange ESM-Fiskalpakt, AEUV und die ganze Begleitgesetzgebung des ESM noch nicht in Sack und Tüten ist. Es wird uns ja immer suggeriert, dass es in Sack und Tüten ist. Das ist es ja nicht. Es stehen ja nach Klagen an. Muss man also dieses Grundgesetz festhalten, weil ansonsten ein Grundgesetz von Sack-Sack wie zum Beispiel Battlesman oder von medienbestimmten Leuten generiert wird. Und deswegen ist es also außerordentlich wichtig, als 2079 zu behalten und um Gottes Willen festzuhalten. Und 29, die Lenden der Neugliederung, wie gesagt, die steht ja hier momentan gar nicht immer im Raum. Oder sagen wir mal doch. Ich denke, es ist ja auch wichtig, dass die Leute erstmal wissen, was sie am Grundgesetz haben. Denn wenn man etwas Neues wollte, dass die Leute erstmal wissen, was haben sie denn bisher, dass man sie nicht mit etwas weniger Gutem dann abspeisen kann. Eben. Und das ist ja auch die Diskussion und immer wieder das Mantra, was wir also wieder bewegen, eben das Grundgesetz zu schützen momentan. Solange wir nichts Besseres haben und wir können nichts Besseres kriegen, wenn also Leute zugange sind, die versuchen tagtäglich unsere Freiheiten Stück für Stück wieder abzubauen oder noch mehr abzubauen. Gut. Da würde ich jetzt gerne einmal eingehen darauf. Du hattest ja damals vor allem recherchiert. Es gibt ja den Punkt, also einmal Artikel 29 und 146 sind Volksabstimmungen explizit vorgeschrieben. Dann gibt es aber zusätzlich ja auch den Artikel 20 innerhalb der Ewigkeitsgarantie, Absatz 2, Satz 2, wo ja steht, dass das deutsche Volk herrscht durch Wahlen, durch Abstimmungen und durch die Organe der Legislative, Exekutive, Judikative. Und das ist ja dann innerhalb der Ewigkeitsgarantie ausdrücklich formuliert und zusätzlich zu Artikel 146, zu Artikel 29. Da stellt sich ja dann die Frage, wie viel mehr Volksabstimmungen ist ohne Grundgesetzänderung möglich? Wie viel mehr als das über das hinaus, was in Artikel 29 und 146 ausdrücklich vorgeschrieben ist? Was haben damals die Recherchen ergeben? Was für Anhaltspunkte? Wie viel mehr ist das? Es ist eigentlich generell alles möglich zu bestimmen. Also, wenn man den Artikel 20 sicher einfach mal liest. Wir machen ja viel zu selten uns mal die Mühe und lesen einfach mal das Grundgesetz. Im Artikel 20, wenn ich den mal zitieren darf, steht also unter Satz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Der 2 ist eigentlich der wichtigste fast, weil er nämlich an erster Stelle benennt, wer also den Vorrang hat, die Staatsgewalt auszuüben. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Da steht also nicht anstatt oder durch, oder, oder, ne doch, durch steht er, aber es steht ja nicht anstatt durch besondere Organe, sondern alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. So, und bei diesem zweiten Grund haben wir doch eigentlich das Problem, wir überlesen es einfach, wenn wir das Grundgesetz lösen. Ist das eine Rangfolge oder sind das drei gleichdicke Säulen, also Wahlen, Abstimmungen und Organe? Was gibt es da für Anhaltspunkte? Wie viel Raum soll den einzelnen Säulen gegeben sein mit Demokratien? Also, natürlich kann das Volk ja nicht über alles abstimmen. Das wäre ja auch absolut unsinnig. Es muss irgendwo ja auch ein Parlament geben oder zumindest eine Institution, die Gesetze entwirft, Gesetze abstimmen kann und diese dann auch vollzieht. Aber letzten Endes ist es doch so, dass wenn in die Grundrechte oder in die Struktur eines Landes eingegriffen wird oder zum Beispiel an Zentralregierungen Macht abgegeben werden soll, dann muss das Volk einfach zustimmen können. Es kann doch nicht sein, dass dort 620 Leute, die da im Bundestag sitzen, einfach darüber bestimmen, was 82 Millionen zu fressen haben. Das heißt also, je tiefer der Eingriff, Grundrechtseingriff oder je größer die Machtverschiebung innerhalb des demokratischen Systems, desto wichtiger ist es, dass man darüber auch Volksentscheide hat. Natürlich. Dass man sich dafür nutzt. Wir könnten uns ja nachher noch darüber unterhalten, was man alles so entscheiden kann. Da denkt man ja jetzt zum Beispiel als allererstes dran, Euro oder EU. So, hätte man also dem Volk die Möglichkeit gegeben, dort eine Abstimmung zu machen, die wäre ganz klar ausgefallen. Man hätte sich dagegen entschieden. Und ich bin auch der Auffassung, das wäre ganz richtig gewesen, weil das Bauchgefühl und die Intelligenz der Masse ja einfach gegriffen hätte. Vielleicht kann man mal kurz darauf zurückkommen, wie das eigentlich losging. Also wir hatten uns ja volllabern lassen immer. Man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, um Volksentscheide überhaupt grundgesetzlich festlegen zu können. Wir waren also der Auffassung, im Artikel 20.2 ist es ganz klar drin geschrieben, die Abstimmungen sind fixiert. Sie sind nur nicht konkret benannt. Es fehlt das Gesetz. Es fehlt das Gesetz. Und wir haben uns damals gedacht, es müsste also durch ein Gesetz möglich sein, also wenn man ein Gesetz schafft, diese Abstimmungen einfach zu legitimieren. So, und dann kamen also die Frontorganisationen, die wir damals noch angehört haben, und haben eben gesagt, nein, das geht nicht. Das hat Rechtsanwalt, Staatsrechtler XY so gesagt und XY hat es so gesagt und so gesagt. Und wir waren aber, wie gesagt, anderer Auffassung und haben eben gesagt, jetzt gehen wir einfach an die Quelle und schauen uns mal an, wie sah es eigentlich im Parlamentarischen Rat aus, wo man darüber befunden hat, wo man es eigentlich inszenieren wollte, dieses Grundgesetz und in Worte gießen wollte. Und da bin ich also ins Netz gegangen damals und da habe ich eigentlich gar nichts gefunden im Netz. Ich kam dann auf so eine Google-Seite, dort waren also Dokumente vom Parlamentarischen Rat abgelegt und, ja, wie es der Deibel will, gerade zwei oder drei Seiten, die spannendsten, nämlich wie es der 20 entstanden, waren weiß. Man hat nichts gesehen. So, ich habe dann also weitergegraben und bin über zwei einzelne Eintragungen gestolpert im Internet. Eine, die also noch, ja, so ziemlich vor dem Internet stattgefunden hat, und zwar ein Werk von Bertolt Hasenmüller und Wilfried Halt zur Rechtmäßigkeit der Volksgesetzgebung. Die hatten also in dem Heft, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, wie das hieß, aber vielleicht stolper ich da nachher noch drüber, die hatten also in dem Heft quasi dargelegt, ja, Dokumente aus dem Parlamentarischen Rat. Dort hatte also am 14. Oktober 1948 im Ausschuss für Grundsatzfragen zum ersten Mal wurde also da der Artikel 20 diskutiert. Und der Ausschussvorsitzende Dr. Mangold von der CDU, der also der wichtigste Vertreter der SPD war, Dr. Carlo Schmidt, führte dann also aus, wie also die Aufgabenbestimmung der besonderen Organe aussehen sollte in dem repräsentativen System. So, und da erklärte der Mangold, Zitat, in diesen Organen wird das Volk handelnd tätig. Man darf aber nicht sagen, nur in diesen Organen, dann wäre die Volksabstimmung ausgeschlossen. Und Carlo Schmidt fügte damals hinzu, wir wollen kein Monopol auf die repräsentative Demokratie. Das ist erheblich, und zwar ganz erheblich, wenn man sich also dann die Verabolierungen der späteren Zeit anguckt, wo dann also Staatsrechtler, und das ging also relativ schnell nach Fassung des Grundgesetzes dann los, dass man also anfing, diese eigentliche Bestimmung, die man dort in diesen Artikel 20 reingelegt hat, zu verabolieren. Der Dr. Heinrich von Brentano, der war bei der CDU damals, warf also am 6.05. 1949 in der Sitzung des Parlamentarischen Rates ein und versuchte dort letztmals, den Artikel 20 zu derart zu entschärfen, dass er dem Wortlaut folgendermaßen beantragt hat. Zitat. Das Volk ist Träger der Staatsgewalt. Das Volk übt die Staatsgewalt durch Wahlen und durch besondere Organe aus. Also unter von Abstimmung. So, die Abstimmung erfolgte dort gar nicht und das Volk ist Träger der Staatsgewalt. Da steht also nicht, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sondern das Volk ist Träger der Staatsgewalt. Also quasi über Vertreter. So, und das Zitat ist dort also zu Ende und im Artikel 20.2 heißt es also heute, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und durch besondere Abstimmung durch besondere Organe ausgeübt. Ich habe ja vorhin vorgelesen, dass also das Zweite und auf das kommt es an. Also Volk und durch besondere Organe. Das heißt, die Beschränkung auf Artikel 29 und 146, wie viele es meinen, dass wir eine Zweidrittelmehrheit bräuchten, um mehr Volksentscheide zu machen, als das, was in den beiden Artikeln ausdrücklich vorgeschrieben ist. Das wäre nur dann der Fall, wenn von Brentano damals seine Abstimmung gewonnen hätte. Aber es ist ja abgelehnt worden. Die Abstimmungen sind drin geblieben. Man muss natürlich dazu sagen, es gab damals auch Bestrebungen, dass man also diesen, kann ich mich da noch trennen? Also es gab damals noch Bestrebungen von der Zentrumspartei, das als Grundrecht, gleiches Recht im Grundgesetz zu fixieren. Da gab es viel Beifall damals dafür. Das ist allerdings nicht durchgekommen. Man hat es dann, wie gesagt, ja, so etwas lasch stehen lassen. Wir haben dann später, nachdem wir also das Netzwerk, oder nachdem ich dort das Netzwerk Volksentscheid ins Leben gerufen hatte, hatten wir also sämtliche Kleinparteien angeschrieben, darunter auch die Zentrumspartei. Und die sagten dann, also 60 Jahre später, sie hätten nie dafür gestanden, Volksentscheid einzuführen, wenn ich mich da also recht dran erinnere. Eigentlich dann schon ein bisschen schizophren, wenn man sich das überlegt, wie man dann seine Wurzeln verlassen hat. Also, man wollte es nicht als Grundrechtsgleichen, gleiches Recht fixieren. Man hat es aber so fixiert, wie es also drinne steht und auch mit den entsprechenden Kommentaren dazu. Und es gab ja dann die berühmte Abstimmung. Und das ist ja nun ein Part gewesen, den wollte ich also wirklich verifizieren. Ich bin dann also auf den damals noch lebenden Wilfried Heid zugegangen, beziehungsweise ich habe ihn angerufen, kurz entschlossen und habe ihn fragen wollen. Ich habe ihn also selbst nicht erreicht oder ich hatte ihn dran, der hat also sehr schwer gehört damals. Er hatte gebeten, dass ich ihm das schriftlich fixiere, habe ich auch gemacht. Ich habe aber dann in der Zwischenzeit mit einem Herrn Meister dort gesprochen und der Herr Meister konnte sich also an diese Geschichte noch dran erinnern, wie sie das also damals recherchiert haben. und war auch bereit, mir diese Dokumente zukommen zu lassen. Und ich wollte mich also nicht einfach nur darauf verlassen, was also im Spiegel drinne stand oder was man also mit fehlenden Ablageverweisen dort im Netz stehen hatte und wollte es also genau verifiziert haben und habe eben gefragt, ob es irgendwelche Dokumente gibt darüber, sagen wir mal Kopien oder sowas und da sagte der Herr Meister, er kann sich also gut dran erinnern und es gäbe sowas noch. So, und das war dann der Punkt, der Herr Heid, den ich also fairerweise auch per Mail mit angeschrieben hatte, ich hatte also nicht nur mit Herrn Meister konferiert, er schaltete sich dann ein, wurde darauf aufmerksam, dass wir also quasi jetzt ihr Recherchergebnis für uns verwerten wollen und war dann etwas sauer und bog dann die ganze Sache ab, sodass dann also Herr Meister etwas zurückgeschreckt war und mir dann die Dokumente nicht zugeschickt hat. Ich habe dann dem Herrn Heid geschrieben, dass es mir also absolut nicht darauf ankommt, hier irgendjemanden die die Lohbären zu stehlen oder so, sondern dass ich also gerne auch bereit bin, das öffentlich zu machen, dass wir also die Möglichkeit haben, über Internet jetzt die Sache öffentlich und auch entsprechend zu verbreiten und ob er nicht Lust hätte, quasi mit seinem ganz tollen Archiv, was die also dort drüben, es heißt also jetzt momentan, Oh, nochmal? im Archiv des, der Volks, Volksgesetzgebung jetzt nennt sich diese Initiative. Die hieß also früher Achberger Kreis, heute heißt sie Volksinitiative jetzt, Volks, Volksgesetzgebung jetzt, Entschuldigung. Und, ja, und das hat sich dann irgendwie vertan, das ging nicht richtig zusammen. Und dann habe ich eben gesagt zu dem Herrn Heid, also dann tut es mir leid, dann muss ich eben selbst an die Quelle gehen. Und genau das haben wir dann getan. Wir sind also vier, ihr wart ja mal dabei, zwei Journalisten, ich hatte mir dann selbst noch einen Journalisten mitgenommen und dann sind wir einfach kurz entschlossen, haben wir das also vorbereitet, zwei oder drei Wochen vorher muss man das also anmelden. Wir haben dort, ja, im Bundesarchiv vorgesprochen, haben dort, ja, eine Vorrecherche gemacht, das hat eine ganze Weile gedauert, ehe man das so überhaupt rauskriegt, wo findet man eigentlich die Zitate, haben also dort eine ganze Menge an, an Ablageorten abgegeben, das kann man also im Internet recherchieren, wenn man ins Bundesarchiv reinguckt, in Koblenz, es gibt auch noch eins in Berlin, aber wir waren der Auffassung, es liegt irgendwo im Bundesarchiv Koblenz, haben dort also, wie gesagt, eine Vorauswahl getroffen, 400 Mikrofilme uns quasi dort heraus sammeln lassen, vorauswählen lassen und wir hatten schon ein bisschen Bedenken, dass man vielleicht die entsprechenden vielleicht heraus sortiert oder so. Also wir haben dann, wie gesagt, die Zitate, die ich also vorgelesen habe, gefunden, bis auf die, bis auf das Zitat, und das war das Entscheidende, wie ist die Abstimmung abgelaufen. Wir sind dann also nach Koblenz gefahren, drei Wochen nachdem wir es angemeldet hatten, haben dort den ganzen Tag zugebracht, dort am Bildschirm gesessen, da gibt es also so, das ist wie eine Bibliothek aufgebaut, da gibt es einen Haufen Glaskanzeln, und da kannst du dich reinsetzen mit deinen Paketen von Mikrofilmen. Das sind also alle Daten des Parlamentarischen Rates einfach auf Mikrofilmen abgefilmt worden. Das hat einfach den Grund, dass Dokumente, die halt wertvoll sind, nicht unbedingt jetzt immer wieder der normalen Atematmosphäre ausgesetzt werden und das einfach auch aus Sicherheitsgründen nicht original rausgegeben werden. So, das war ja okay. Wir haben uns dann also hingesetzt und haben dort Stunde für Stunde durchgeforstet und also diese vielen, vielen Mikrofische, das A49 oder ich weiß nicht mehr wann, 49 Bilder haben wir ja, die also pro Mikrofisch drauf waren. Also kann man sich vorstellen, 400 Mikrofische und dann liest du quasi auf jedem Mikrofisch 49 Seiten und die forschst du und durchstöberst die. Das macht man natürlich irgendwo ein bisschen mit Scannerblick und dann irgendwann haben wir dort zwei Zitate gefunden, die also auch vom Achtberger Kreis richtig betitelt waren, aber dieses letzte Zitat fanden wir nicht. Also, wie ist die Abstimmung gelaufen im Parlamentarischen Rat? Und es war dann, ich weiß nicht, 18, 19 Uhr, wir waren ja von früh an dort und dann haben wir uns mit den Angestellten dort unterhalten und haben ihnen ein bisschen wuschig gemacht, was wir eigentlich gesucht haben und der war dann so angetan davon, von unserer Recherche, dass er gesagt hat, ach, ich probiere da, ob ich für Sie da nochmal was rausfischen kann. Für uns war ja der Tag erledigt. Ich bin ja 400 Kilometer gefahren dafür oder 450, um dann nach Koblenz zu kommen. Für mich war also ausgeschlossen, da nochmal hinzufahren und wir haben dann auch telefonisch im Nachhinein noch miteinander verhandelt. Es ging ja auch darum, abzuklären, was das kostet, so eine Recherche etc. Der war jedenfalls so angetan, er hat gesagt, er guckt nach, wenn es schnell findet, brauche ich da auch nichts bezahlen dafür und er wurde fündig. Ein paar Tage später bekam ich dann also einen Anruf und er sagte, ich habe ihr Zitat gefunden. So, und ja, wie ist das im Bundesarchiv Koblenz gelöst? Das ist ja nun leider ganz, ganz schade, dass man also nicht einfach die Dokumente nehmen kann und packt sie auf den Kopierraum und macht sie einfach öffentlich, da wirst du belehrt, dass das Eigentum des Bundesarchivs ist und bitte nicht zu veröffentlichen ist. Dafür sind Lizenzgebühren zu bezahlen, also was ich eigentlich absolut blödsinnig finde, weil hier geht es ja um Dokumente, die außerordentlich wichtig fürs Erkennen und Verstehen dieser Demokratie, sage ich aber in Anführungsstrichen. Die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Zumindest ließ sich das verifizieren mit der Abstimmung und dass eben Dr. von Brentano diesen Antrag gestellt hat und dass uns der Deckelsrat nicht so geblieben ist. Lassen wir die Katze aus dem Sack und lesen da einfach mal das Zitat vor. Dieses Zitat stammt also vom 06.05.1949 der Parlamentarischen Ratsversammlung, das ist die neunte Sitzung gewesen. Ich gebe jetzt erstmal die Quelle ein, damit es also auch nachverifiziert werden kann und zu dieser Quellenangabe gebe ich nachher noch einen kleinen Schwank dazu, wie man Quellen zum Beispiel auch verschwinden lassen kann. Also ich sage diese Quelle jetzt ins Mikrofon und das ist dann für jeden nachvollziehbar und zwar stammt es aus dem Parlamentarischen Rat 1949, 6. Mai, neunte Sitzung, Bestand Bundesarchiv KOPZD 985-1 Seite 181 fortfolgend stenografische Berichte der Sammlungsleitung unter Adenauer. Das ist also die konkrete Bezeichnung, wie man also diese Zitate öffentlich darstellen soll. Darüber sind wir also belehrt worden. Wir dürfen es also nicht im Druckform machen. Das könnten wir unheimlich also einen Haufen Geld bezahlen dafür. Dieses Geld habe ich nicht, deswegen konnte ich es also nicht tun, aber zitieren darf ich. So, das habe ich schon mal gemacht und zwar im vergangenen Jahr im April, als ich also zur ÖTB-Bundestags-Bundesversammlung eingeladen wurde und zwar vom Landes- oder vom Kreisverband ÖTB-Bergisch Land. Dort sollte ich also für die ÖTB unseren Gesetzentwurf zur Einführung bundesweiter Volksentscheide vorstellen und in diesem Rahmen bin ich also meine Minute oder zwei Minuten zu Wort gekommen und habe genau diese Zitate auch zitiert und zwar mit Ablageverweis. Nun fragt man sich heute, warum sind die eigentlich dort auszensiert worden? Können wir vielleicht sprechen? So, aber komm. So. Aber entscheidend ist ja, du hast das ordnungsgemäß zitiert. Ich habe es ordnungsgemäß zitiert. Es war ja auch damals ein Redebeitrag, der sich also auch auf solche Zitate bezog. Die hattest du ja damals gebracht bei der ÖTB. Ich hatte dann, wie gesagt, mich sofort gemeldet und wollte also die Quelle nachreichen, also auch einen Ablageort, wie mir das auch aufgeklagen wurde, weil wir uns ansonsten strafbar gemacht hätten oder beziehungsweise regressprächtig gemacht hätten. Und diese Zitatstelle ist also aus ÖTB-TV. zensiert worden. Auch nach Aufforderung, das also wieder reinzubringen, wurde es also bis heute nicht eingebracht. Es gab also schwere Verwerfungen, auch innerhalb dieser Partei, weil man also dort auch dessen hoch geworden ist, dass dort abgezogen wurde. Und vielleicht sagen einfach dieses Zitat, wie diese Abstimmung abgelaufen ist. Also Dr. von Pettano hatte beantragt, dass das Volk Träger der Staatsgewalt ist. Das Volk übt die Staatsgewalt durch Wahlen und durch besondere Organe aus. Der Wortlaut des heutigen Artikel 20.2 existierte auch damals schon. Parallel. Also alle Staatsgewalt geht von Volke aus, sie wird von Volke in Wahlen und Abstimmung und durch besondere Organe ausgeübt. So. Und jetzt kommt das Zitat, wir kommen zur Abstimmung über den Antrag Dr. von Pettano. Ich bitte diejenigen, die für diesen Antrag sind, eine Hand zu erheben. Diejenigen, die dagegen sind, der Antrag ist abgelehnt. Punkt. Dr. von Pettano's Antrag, die Staatsgewalt auf die besonderen Organe zu fixieren, ist abgelehnt. Punkt. Punkt. Und warum man das nicht in die Öffentlichkeit? Da sehen wir Organisationen, Frontorganisationen wie Mehrdemokratie mit einer Medienbetrachtung und mit einer Medienpräsenz. Fast jede Woche sitzt also der Sprecher von Mehrdemokratie irgendwo in einer Mainstream-Sendung oder in einem öffentlich-rechtlichen Sender und schwafelt darüber, dass wir Volksabstimmungen auf Bundesebene haben wollen. Und ich habe ihm das selbst zugestellt, dieses Zitat und auch diese Zitate mit Ablagestelle und nur eine Woche später, waren es zwei Wochen später, tritt dieser Mann im Deutschlandrate Kultur auf und schwafelt eine Stunde lang in einer Diskussionsrunde, ohne diese Zitate zu bringen. Das ist für mich einfach der Aufhänger dafür, dass Frontorganisationen manchmal, auch wenn sie den Namen Demokratie im Namen tragen, dazu da sind, uns zu verblenden und einfach vom Wesentlichen abzulenken. Ja, ich kann es verstehen, wie viel dass es manchmal ziemlich hart ist zu sehen, wie eben Vereine, wie Mehrdemokratie bei dieser Rechtsverfassung das gar nicht richtig zur Kenntnis nehmen, wenn sie dann sagen würden, dass sie darauf antworten und dann sagen, ja, aber auch wenn Dr. Formatano das Antrag so nicht durchgekommen ist, sie sehen das so und so anders und dass eben auch politische Organisationen sich an deren Auffassung festklammern. Ich möchte da jetzt jetzt gar nicht in dem Maße bewerten. Mir geht es ja darum, wie viel Demokratie ist, wie viel Volksabstimmung ist ohne Grundgesetzänderung möglich. Meine persönliche Auffassung ist, dass die Wahlen schon ein bisschen mehr Gewicht haben müssen, weil es ein grundsgleiches Wahlrecht noch gibt, zusätzlich zur Demokratie, aber kein grundsgleiches Recht auf Volksabstimmung. Aber dass das deutlich über Artikel 29 146 hinausgeht, was an Volksabstimmung möglich ist. Ich meine, dass die Wahlen nur einen gewissen Vorsprung haben müssen, weil ein grundsgleiches Recht auf Volksabstimmung nicht reingeschrieben wurde ins Grundgesetz, dass also die Wahlsäule für die Wahlen etwas breiter sein muss. Der Bundesverfassungsgericht der Papiersprache davon muss das Volk über alles abstimmen können, was auch die Parlamentarier abstimmen können. Der Auffassung sind wir auch. Warum auch nicht? Das heißt, da muss nicht unbedingt ein gewisses Abstandsgebot sein, dass die gewählten Parlamentarier noch mehr entscheiden können. Man könnte also einfach gesetzlich jedes Gesetz einem Referendum unterwerfen zum Beispiel. Theoretisch wäre es möglich, ja, theoretisch wäre es möglich, dass man es unterwerfen könnte. Das Bundesverfassungsgericht müsste im Prinzip nur, die könnten also quasi sagen, also Abstimmungen sind möglich oder es muss über Gesetze ein Referendum abgestimmt werden. Aber wir wissen doch, wie viele Gesetze gemacht werden. Das ist ja auch irgendwo irrisch zu sagen, wir stimmen jetzt im Jahr tausend Gesetze ab. Es geht um wesentlichen Geschichten, das heißt, um die wesentlichen Sachen, ob wir zum Beispiel zwangsalimentiert werden sollen oder ob wir zwangsweise, ob uns zwangslautweise das Glück obtruiert werden sollen. Wer hat denn die Möglichkeit zum Beispiel in Solidargemeinschaften zu sagen, wir versichern uns einfach selbst. Wir machen einfach selbst eine Krankenversicherung. Ich selbst kenne das. Ich stecke auch in so einer Geschichte drin. Ich habe auch die Härte des Gesetzes kennengelernt, wenn es heißt, wenn man also in Selbstbestimmtheit versucht, also Selbsthilfe zu machen. Das heißt, sich zusammen zu schließen und zu sagen, nee, wir verstehen etwas anderes darunter, unter sozial zu sein oder sozial mit dem Nächsten zu sein. Wir sichern uns ab ohne Paläste, ohne diesen ganzen Schwachsinn drumherum. Also ich verstehe also das heißt Volksabstimmung. Volksabstimmung sind und siehst du vor allem als entscheidend an, wenn es um Dinge geht, die tief in die Grundrechte eingreifen, wo es um deutliche Machtverschiebungen geht oder wo es um grundlegende soziale Fragen geht, wie eben Absichern der großen Lebensrisiken wie Alter und Krankheit, dass da Volksabstimmung auch, dass zumindest für diese Dinge Volksabstimmung geben sollte, dass man das ausschöpfen soll. Ja, Volksabstimmung dafür, wie man zum Beispiel Alternativen ins Spiel bringen kann. Wir haben ja zum Beispiel auch die Problematik, wir werden zwangsweise mit einer Energiewende belastet, muss ich sagen, kann man es ja schon sagen, wenn man sich anguckt, was also die Kilowattstunde heutzutage kostet, das geht ja jedem an, aber man verbietet die Forschung zum Beispiel Raumenergie nutzen zu können, das heißt, ganz andere Konzepte der Energieerzeugung und wenn ich also jetzt endlich mal dieses Gefüge eingreifen will, zum Beispiel die Macht der Parteien brechen will, dann muss ich Volksentscheide haben dafür, das heißt, dann muss die Masse sich zusammentun, dann muss die sagen, wir wollen diesen ganzen Quatsch und Käse nicht mehr, der uns im Bundestag vorgespielt wird, wir wollen nicht mehr bevormundet werden, sondern wir haben, gefälligst mit zu sprechen und ich möchte das Bundesverfassungsgericht sehen, was also sagt, wenn sich da fünf Millionen Leute zusammentun und sagen, wir machen jetzt ein selbstorganisiertes Referendum und klatschen das dem Politikern vor und sagen, so, jetzt entscheidet mal darüber, ob das Bundesverfassungsgericht sagen wird und nicht die fünf Millionen Stimmen, die hauen wir mal in die Tone, das glaube ich nämlich nicht. Ich bin eher der Auffassung, dass das Bundesverfassungsgericht mag es in der Vergangenheit krude entschieden haben, wie will, aber ich bin der Auffassung, dass die nur darauf warten, dass das Volk endlich aus dem Arsch kommt. Ich denke, es hat auch noch kein Urteil gegeben vom Verfassungsgericht zu Verfassungsklagen, wo diese Fundstelle zu Dr. V. Rentano zitiert worden ist. Wenn diese Fundstelle eines Tages vom Bundesverfassungsgericht zitiert wird, garantiere ich, dass das Bundesverfassungsgericht dementsprechend auch entscheiden wird. Das heißt, dass es den Spielraum auch weiter ausschöpft, über 2946 Grundgesetz hinaus. Wenn ich natürlich die Entstehungsgeschichte des 2002 verheimlich bis zum Get-No und es machen ja alle mit, diese Fundstelle zu verheimlichen, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass man darüber ja keinen Entscheid hat. Aber wenn diese Fundstelle und diese Entstehungsgeschichte des 2002 nun endlich mal in so einem Bundesverfassungsgerichts Beschwerde oder Klage mal auftauchen würde, dann sehen wir Volksentscheide eines Tages. Die wollen aber auch die Deppen entscheiden. Die wollen auch mitbekommen, dass die Leute so taff sind, dass sie endlich mal mitgekriegt haben, weil sie eigentlich 60 Jahre verarscht worden sind. Ich will es jetzt mal so ganz deutlich sagen. Ich bin ja manchmal auch... Ich glaube schon, dass der Verfassungsgericht dass die schon auch danach gucken, ob die Leute sich dafür interessieren und ob die Leute sich kümmern um ihre Rechte. Das denke ich auch. Und ich kann selbst diese Sache ins Spiel bringen, solange wie die Leute pennen. Daniel Neuner der vorhin sein Statement dazu gebracht. Ich bin der Auffassung, natürlich kann nicht jeder wissen, was gehauen und gestochen ist. Ist ja auch außerordentlich schwierig heutzutage. Jeder ist also mit seinen kleinen und großen Problemen belastet, wird also permanent mit Müll berieselt. und wenn du dann mal die Möglichkeit gefunden hast und kannst dich aus dieser Zwangsabhängigkeit von Glotze, Pierpulle und Schipstüte lösen und mal einfach vor die Türe gehen und mal gucken, wie es weiter draußen ist oder einfach auch mal ins Netz gehen und selbst mal Informationen sammeln, die ja für jeden verfügbar sind, dann, wenn die mitbekommen, dass die Leute so wach werden, dann hängengestanden, würden die das auch selbst ins Spiel bringen. Okay, vielen Dank für den Beitrag und jetzt kommt noch etwas Musik und danach wollte ich noch eine Buchempfehlung machen. Herzlichen Dank. Schönger 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 By the way you were great upon us We probably met a few times later But it surely make us stronger Face to face with life, don't you see We'll be someone was waiting for you For your need Fight to the sword and do not turn around Say okay and please don't send me why Make a break on this side or retry again Share between the reason and the life I don't know where we're all going to But our need won't directly fall in your eyes Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Just take a bondage Just take a bondage If I tell you someday that I don't love you You ain't know that this is a daylight too Something strong is falling It's for digging to my veins See, we're back to the beginning It's just a vicious circle we build here Don't be afraid to see me while they're crying At the price we have to pay for this To pay for this Like to the sword and I'll just turn around Say okay and please don't send me why Forget the break, it is sad or retry again Now I know that dreams can become true And I can see a lot of feelings through So our need won't directly fall in your arms Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Just take a bondage Just take a bondage Back to the sword and I'll just turn around Say okay and please don't send me why Forget the break, it is sad or retry again Now I know that dreams can become true And I can see a lot of feelings through So our need won't directly fall in your arms Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Just take a bondage Just take a bondage Just take a bondage Heute möchte ich ein Buch empfehlen, das mich ziemlich beeindruckt hat. Ich habe das letztes Jahr gelesen. Das heißt Wall Street und der Aufstieg Hitlers. Das kann man bestellen im Persos Verlag in Basel in der deutschen Fassung. Stammt ursprünglich aus dem Jahr 1976. Autor ist Anthony C. Sutton aus den USA, ein amerikanischer Historiker. Der hat drei verschiedene Bücher in einer Reihe geschrieben. Es ging darum, wie eben große Finanzinteressen Hitler finanziert haben. Wie sie die Sowjetunion finanziert haben und auch wie sie den amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt finanziert haben. Davon habe ich das Buch gelesen, wo es um die Finanzierung Hitlers ging. Was vielleicht vielen bekannt ist, noch ist, dass die wichtigsten, die größten Profiteure am Zweiten Weltkrieg vor allem die IG Farben war. Ein deutsch-amerikanisches Chemiekartell. Die haben die Konzentrationslager betrieben. Die haben auch mit viel Profit den Treibstoff verkauft an die Nazis, dass die Flugzeuge fliegen konnten, dass die Panzer fahren konnten. Und er beleuchtet in seinem Buch unter anderem die IG Farben, die eben das organisiert haben, dass der Treibstoff zur Verfügung stand. Was ja auch beleuchtet ist, welche Persönlichkeiten dort in den Vorständen der IG Farben gesetzt haben und wie die mit anderen Firmen verflochten gewesen sind. Es geht auch um die Firma Standard Oil aus den USA, New Jersey, an denen die Familie Rockefeller einen Anteil von rund 25 Prozent hatte. Und dass die eben günstig ein Patent überlassen hat zur Nutzung, also eine Lizenz überlassen hat für die IG Farben, dass dieses Patent beinhaltete, aus Kohle Treibstoff zu machen. Dadurch hatte die IG Farben wirtschaftlich die Möglichkeit, das zu machen. Sonst wäre wohl nicht genug Sprit für den Zweiten Weltkrieg zur Verfügung gewesen. Also nicht nur ohne die IG Farben, sondern auch ohne die preisgünstige Patentüberlassung durch Standard Oil hätte es diesen Zweiten Weltkrieg wohl so vermutlich nicht gegeben. Was auch beleuchtet wird, ist, dass Hitler viele Spenden aus der deutschen Industrie bekommen hat. Es wird ein Wahlkampfkonto von ihm beleuchtet, was aber jetzt nicht unter der Kontrolle der Partei war, sondern eher unter ihm und seinem Vertrauten, das nannte er nationale Treuhand. Und wo er ganz entscheidend Wahlkampfspenden bekommen hat für die Wahl, wo er ja tatsächlich gewählt worden ist 1933. Und die Frage ist, wie fair ist so eine Wahl, wenn man für damalige Verhältnisse in riesigem Ausmaß Spenden an ihm bekommen, gezeigt worden ist. Sowohl von deutschen Konzernen als auch eben von, ein Teil dieser deutschen Konzerne waren eben Tochtergesellschaften bei bestimmten amerikanischen Firmen. Als Beispiel werden da genannt Konzerne wie AEG zum Beispiel, an denen General Electric beteiligt war, worauf wiederum auch JP Morgan Bank einen starken Einfluss hatte auf General Electric. Es wird auch beleuchtet in dem Buch die Rolle von Henry Ford. Ford hatte schon nach einem Artikel der New York Times, auf den der dort Bezug genommen, wird schon 1922 für die Nazis gespendet. Und Ford hat auch ein antisemitisches Buch geschrieben, laut Sutton, namens die International Jew, wo Hitler einen Teil von seinem judenfeindlichen Buch, Mein Kampf, abgeschrieben haben soll. Der Sohn von Henry Ford, soll auch im Vorstand der amerikanischen IG-Farben gewesen sein. 1928 soll Ford laut Sutton einen Anteil von 40 Prozent der Ford Motor AG in Deutschland an die IG-Farben veräußert haben. Auch wird berichtet, dass zwei Angehörige der Bankerfamilie Warburg, bekannt sind die durch die Manhattan-Bank, wo die Familie Warburg eigentlich ausreisen musste aus Deutschland, von den Nazis vertrieben wurde, dass gleichwohl aber zwei von den Mitgliedern im Vorstand von der IG-Farben gesessen haben. Das sind die Mitglieder der Familie Warburg. Und die Verflechtung auch von amerikanischen Konzernen, beziehungsweise von Personen aus diesen Konzernen, dass die eben auch die Nazi-Herrschaft unterstützt haben, auch zum Teil profitiert haben durch Geschäfte mit denen, die es hatten beleuchtet. Und ich denke, es ist ein sehr empfehlenswertes Buch vor allem, wenn es darum geht, daraus zu lernen, wer hat damals die Profite mit dem Krieg gemacht und wer hat damals auch nach dem Krieg sich beteiligt an Entschädigungsleistungen. Ich denke, es lohnt sich da noch einen genaueren Blick darauf zu werfen. Und auch, ja, in welchen Machtzirkeln bestimmte Konzerne heute sind, die damals am Zweiten Weltkrieg laut Satten mitverdient haben. Zu erwähnen von den deutschen Konzernen ist vielleicht noch Thyssen, die damals ebenfalls Hitler mit unterstützt haben. Eine Liste auch mit Beträgen findet man in dem Buch. Ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte da noch sehr neugierig machen an dieser Stelle. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, weil es auch eine ganze Menge Mythen relativiert. Unter anderem auch, dass die Mythen, was viele Menschen denken, dass die Banker rund um die amerikanischen Notenbank FED immer auf der Seite Israels oder der Juden gewesen wären. Suttons Buch spricht eine andere Sprache, nicht nur, wenn es um JP Morgan geht. Ja, wie gesagt, im Persos Verlag in der Schweiz, Wall Street und der Aufstieg Hitlers, sehr empfehlenswert zur historischen Aufarbeitung. Und ich denke, auch zur Betrachtung der heutigen Finanzelite lohnt es sich, da mal historisch weiter zu recherchieren, welche Rolle spielen diese Konzerne heute. Setzen sie sich heute entsprechend, wie es einer Aufarbeitung der Geschichte würdig wäre, für den Frieden ein? Nein, einen Teil dieser Konzerne findet man interessanterweise zum Beispiel, zumindest der amerikanischen, als Konzernmitglieder heute der militaristischen Denkfabrik Council of Foreign Relations in den USA. Das wäre zum Beispiel auch ein Betrachtungspunkt. Ob sie sich da heute mit ihrem heutigen tatsächlichen Verhalten so positionieren, wie es einer Aufarbeitung ihrer Geschichte entspricht. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Nach dieser Buchempfehlung möchte ich noch auf die nächste Sendung hinweisen. Die findet statt in zwei Wochen, am 21. Februar, wieder um 19 Uhr. Und mit anderen spannenden Themen wird noch rechtzeitig angekündigt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.